Am Erwerb dieser etwas düsteren Grafik ist Kunst und Krempel nicht ganz unschuldig. Warum kauft sich denn ein junger Mann wie Sie eine Toteninsel? Zur Kunst bin ich gekommen durch Kunst und Krempel auch ein bisschen, durch das Schauen. Und fand Kubin, Klinger hochinteressant. Und als ich das erste Mal das Thema von Klinger gesehen habe, die Toteninsel, sofort fasziniert, lieber auf den ersten Blick und dachte, irgendwann möchte ich das auch mal haben. Und dann bot sich die Möglichkeit, das zu ersteigern und Glück gehabt, dass ich zugegriffen habe. Normalerweise, wenn das ein Original wäre, ist es glaube ich so bei 1400 Euro. Aber mal schauen, was die Experten sagen. Hallo, grüß Gott. Ja, das ist ja herzerfrischend. Erzählen Sie, wo Sie es her haben. Ich habe es vor zwei Jahren auf einer Internet-Auktionsplattform zurück aus den Staaten sozusagen gekauft. Es war in Amerika. Es war in Amerika und die junge Dame hat angegeben, dass sie es vor 30 Jahren in Dänemark erstanden hat. Und seitdem war es dann gerollt. Und dann habe ich es, darum hat es jetzt auch noch gewisse Wellen. Und dann... Das heißt, der Rahmen ist auf Sie zurückzuführen? Jawohl. Gratulation, der ist sehr schön. Dankeschön. Funktioniert gut. Und was wollen Sie jetzt wissen von uns? Mich macht der dänische Verlagsstempel ein bisschen stutzig. Ja. Ich weiß, es gibt solche Blätter auch mit Gourlit oder Ähnliches drauf. Aber ich habe ihn noch nie mit dem dänischen Verlagsstempel gesehen. Und dahingehend ist es eine Originalradierung von Klinger oder ist es vielleicht nur ein Druck aus dem Verlag. Und auch die Expertise am Ende vielleicht auch. Die Geschichte ist ja die, dass hier zwei berühmte Dinge vereint worden sind. Auf der einen Seite das Ölbild von Arnold Böcklin, das es ja gibt, der auch links unten als Autor gekennzeichnet ist. Auf der anderen Seite der große Grafiker Max Klinger, der auf der rechten unteren Seite verzeichnet ist. Und das geht zurück auf eine Geschäftsidee vom Kunsthändler Gourlit. Das ist eigentlich ein Coup gewesen, dass er Gourlit jetzt den Max Klinger gewinnt, um schwer verkäufliche Bilder von Arnold Böcklin quasi bekannt zu machen. Max Klinger hat ja den Sommertag, er hat die Toteninsel und er hat ein Frühlingsbild von Böcklin reproduziert, darf man nicht sagen, sondern interpretiert. Und mit diesem Coup von Fritz Gourlit ist eigentlich schlagartig der Marktwert von böcklinschen Bildern gestiegen, weil sie so bekannt geworden sind. Und vielleicht war er auch deshalb ein geschickter Vermarkter, weil der Titel Die Toteninsel ja gar nicht von Böcklin selber ist, sondern eben auch von Fritz Gourlit. Böcklin hat von Gräberinsel oder von einem stillen Eiland gesprochen. Toteninsel packt natürlich, das nimmt einen gleich gefangen. Und wenn es dann noch so interpretiert wird wie von Max Klinger, dann in ganz besonderem Maße. Dahinter steckt ja ein bisschen dieser Symbolismus der Zeit. Man will also diesen Vanitas-Gedanken, man möchte diesen Weg über den Todesfluss, also die Griechen nannten ja schon die Lethe, das ist also jetzt nicht der Todesfluss, sondern das ist das jodische Meer, glaube ich. Weil das Vorbild ja dort unten auch zu finden ist. Will man also mit diesem Vanitas-Gedanken und mit dieser Vergänglichkeitsvorstellung auch symbolhafte Markenzeichen. Und das ist ja jetzt wirklich etwas, was grafisch jedem, der es einmal gesehen hat, hängen bleibt. Und als Pars Pro Doto oder als eine Marke für das Hinübergehen ins Reich der Toten funktioniert. Was sehr schön ist, ist dieser kräftige Druck. Ich denke mir, dass Herr Gourlit nicht nur selber eine Auflage gemacht hat, sondern die Platte dann für andere auch zur Verfügung gestellt hat. Und dass ich daher dieser Stempel auch erklären mag. Aber es sieht nicht nach einer Reproduktion aus, sondern eben tatsächlich nach einem sehr guten, kontrastreichen Abzug. Wobei, vielleicht darf man das auch noch kurz in Erinnerung rufen, was Klinger tatsächlich macht. Er verändert ja auch die Höhen der Felsen beispielsweise und auch den Hintergrund ein wenig. Weil er ja als Grafiker nur im Schwarz-Weiß arbeiten kann, aber die gleichen Stimmungswerte rüberbringen möchte, die der Böcklin mit Farbe erzielt. Und es geht jetzt nicht einfach so, dass man in der Radierung die gleichen Grauwerte nimmt, wie es in einer Schwarz-Weiß-Fotografie wäre, sondern er greift tatsächlich künstlerisch ein. Und es ist eigentlich ziemlich nachhaltig und ganz umfangreich sein Eingreifen. Obwohl man natürlich das Motiv sofort als ein Böcklinisches erkennen kann. Und inhaltlich hat es natürlich auch ein bisschen zu tun mit diesem, es ist fast frühexpressionistisch, nicht so hochpathetisch. Alles ein bisschen übertrieben. Das Bild selber ist ja, glaube ich, schon in den 90er oder noch früher als Motiv entwickelt worden von Böcklin. Aber hat natürlich über das Jahrhundert hinaus auch einen Erfolg gehabt. Und vielleicht ist das eine Ausgabe, die dann schon nach 1900 gedruckt worden ist. Solche Platten kann man auch verstellen dann vielleicht und noch abziehen. Und was haben Sie gezahlt? Mit Versand 500 Zoll, 600 der Rad und ein bisschen, also 800, 900 für das Gesamtpaket. Nein, ich würde es so, wie es heute dasteht, würde ich das durchaus mit dieser Kombination, auch mit der Geschichte dahinter, mit dieser Vermarktungsstrategie und so weiter, aber würde ich das durchaus zwischen 1.000 und 1.200 Euro einschätzen. Sie haben es auch sehr schön gerahmt. Meine Gratulation dazu. Und bitte bringen Sie es wieder gut nach Hause. Danke. Nicht ins Licht hängen. Danke für die Messe. Auf Wiederschauen. Und? Ja, positiv, dass es erstmal, ich sag mal, Anklang bei den Experten gefunden hat und dass sie es, ich sag mal, auch sehr positiv bewertet haben. Und ja, ich habe ihn erstmal erleichtert, dass es, wie gesagt, anscheinend dann doch wirklich ein Original ist. Und das freut mich und war eine schöne Erfahrung hier.